Hier ist Gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobbelt. Unser Thema heute, was es braucht, damit wieder mehr schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren im Garten angebaut werden. Ich bin momentan im südlichen England, kaufe Rosen ein und verkaufe Beerenpflanzen von Lubera. Und per Zufall habe ich heute BBC Food Channel gehört und da gab es eine interessante Diskussion über Heidelbeeren auf der einen Seite, eine moderne Frucht aus Amerika kommend, die stark im Aufwind ist und auf der anderen Seite typisch englische Früchte, auch europäische Früchte, wie schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren, die eigentlich auf tiefem Niveau verharren oder sogar ganz vom Markt verschwinden. Und interessanterweise war eine Teilnehmerin, war Feli Felicitat, sie ist Züchterin in East Malling, eine Kollegin, die ein sehr gutes Züchtungsarbeiten in East Malling macht, bei Himbeeren und auch bei Äpfeln. Wir arbeiten in der Apfelzüchtung jetzt zusammen und sie hat dann in der Diskussion gesagt, ganz gerade heraus, ehrlich, für sie ist bei der Selektion nicht der Geschmack das Wichtigste, sondern die Festigkeiten und die Pflückbarkeit. Und sie hat recht. Züchtet man für den Erwerbsanbau, da müssen die Früchte eben geerntet werden können und transportiert werden können, sonst hat da alles keinen Sinn. Und das ist auch unsere Chance bei der Züchtung, wenn wir uns auf den Hausgarten konzentrieren, dass wir eben den Geschmack zu alleroberst ansiedeln können und dann kommt alles andere. Natürlich kommen nachher auch andere Kriterien, aber Geschmack ist eines vom Wichtigsten. Ein zweiter Punkt war interessant in der Diskussion. Sie haben diskutiert, warum ist es so, dass Heidelbeeren so raufgehen und bei Johannisbeeren und Stachelbeeren, die verlieren sogar noch einen Status, auch im Garten. Der erste Punkt, der, glaube ich, wichtig ist und den Sie auch gesehen haben, ist Geschmack und Zucker. Das haben wir schon erwähnt. Sie müssen halt eben sehr gut sein. Es reicht nicht, dass es schwarze Johannisbeeren sind mit sehr viel Vitamin C und Inhaltsstoffen, mit denen man Saft machen kann. Sie müssen frisch so gut sein für den Frischgenuss. Sorten, wie wir sie zum Beispiel mit Nuaroma oder Nimue erreicht haben, die man wirklich zu allererst im Garten eben nimmt als Snack mit sehr viel Zucker und sehr gutem Cassis-Aroma. Dasselbe bei den Stachelbeeren. Es reicht nicht eine grüne Stachelbeere, unreif, säuerlich, die wunderbar ist, um einen Kuchen zu machen hier in England. Sie muss eben frisch gegessen werden können. Der Saft explodiert im Mund voll von Zucker und Aroma. Ein Geschmackserlebnis, das in der Bärenwelt seinesgleichen sucht. Darum muss man dafür die richtigen Sorten züchten. Und der dritte Punkt, und das ist noch wichtig, und der wurde ein bisschen nicht gesehen in der Diskussion, das ist die Resistenz. Ein Grund, dass schwarze Johannisbeeren und Stachelbeeren ein bisschen verschwunden sind, ist die Anfälligkeit für amerikanische Stachelbeeren-Mehltau. Der ist aus den USA gekommen und hat in 100 Jahren ganz Europa erreicht und die Kultur im Garten, Hausgarten fast kaputt gemacht. Nur mit neuen, resistenten Sorten, die jetzt die gleiche Qualität erreicht haben wie die alten Sorten, diese sogar übertreffen, in der Qualität ist es möglich, diese Kultur wieder zu etablieren. Und es ist keine Kultur, die ein Muss ist, sondern es ist eine Kultur, die ein Genuss vor allem sein muss. Danke vielmals, wie immer. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle. Diskutieren Sie mit und gärtnern Sie weiter.